Guten Abend an der Daniels Kitchen Show. Wir machen heute ein Penne mit Ricotta und Spinat. Dafür schneiden wir auf den Tisch. Sieht ihr heute? Ja. Drückende Tomaten. Ich weiß nicht, ich fette ich den Ingrédient. Tomatik. Wir können ein bisschen creme épaiss. Creme fraiche épaiss. Ricotta. Salz. Olivenölisch. Pfeffer. Pfeffer. Und ein Pfeffer. Und wir wollen den Rörelsch von dem heute. Vom drückenden Tomaten. Und ein Pfeffer. Und ein Pfeffer. Und ein Pfeffer. Und siehe. Und siehe. Und siehe. Und hier, das ist ein Low-Lock-Scan. Und in eine gute Box binad, und dann machen wir einfach klein. Und die Benuele ist. So dann, an 5 Minuten später Dann geben wir den Deckel zu. So ist es ein Kraftvoll, Löffelvoll Krabbrach. Crème fraîche épaisse. Pues a la terapé. Das ist gut. Weniger Mann, drüber Mann. Also, ich gucke da. Wo könnte alles drin? Okay, jetzt noch mal ein bisschen mehr Ruhr. Eisen Tränen fraisch Und die Kreme fraiche aus der Tebuche Zourgar. Kreme fraiche épaisse. Jetzt kommen Tomaten dran. Mit rischen Tomaten. Und nun... Die Kreme fraiche. Die Kreme fraiche. Bisschen auf Kreme. Keine Kreme. Kreme fraiche. Möre na. Salze Pfeffer 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 strömmen Voilà, und nun stehen sie fertig. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und bleib aufgeschaut und nicht zu vergessen Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und einen guten Appetit und einen guten Appetit und einen guten Appetit.